Hallo aus dem HDT, mein Name ist Jonas Neumann aus der Abteilung Technik. Wir sind heute in unserem neuen HDT Streaming Studio und ich möchte euch einmal die Möglichkeiten und Benefits des Studios vorstellen. Neben beweglichen und statischen 4K-Studio-Kameras bieten wir professionelle Audio- und Streaming-Technik. Mit unserer Live-Regie gestalten wir eure Veranstaltungen lebendig, egal ob Interview, Livestream oder Videoaufnahme. Alles ist möglich.